Einen wunderbaren guten Morgen liebe Traderinnen und Trader hier an dieser Stelle zu den täglichen neuen Handelsideen mit Tickmel, ihrem Broker mit Superkonditionen im Bereich Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Wir schauen heute wieder auf interessante Charts im Euro, Austral, Dollar, US-Dollar, chinesischer Yuan und wir gucken mal wieder aufs Silber und ich sehe auch gerade, wir haben gleich wieder einige Live-Zuschauer hier direkt mit bei. Einen schönen guten Morgen Alexander, Elena, Sascha, Ludger. Ich freue mich sehr hier jeden Morgen ein paar interessante Gesichter mitzusehen und neue Zuschauer auch willkommen zu heißen. Wenn Sie Fragen haben, dann scheuen Sie sich nicht direkt hier auf Facebook den ein oder anderen Trade oder beziehungsweise das ein oder andere Kürzel für den Chart, den Sie besprochen haben möchten, zu posten. Ich kümmere mich da sehr sehr gern, auch direkt hier im Webinar drin. Ali, guten Morgen auch an dich. So, dann würde ich sagen, Risikohinweis, dass als allererstes der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Strich drunter, damit wäre die gesetzliche Pflicht hier an der Stelle auch erledigt und wir gehen mal in die Tagesnachrichten, weil Nachrichten können die Märkte bewegen. Auch gestern gab es ein paar Nachrichten, bevor wir auf die heutigen kommen. Wir hatten ja gestern als eine der wichtigen Sachen hier das Thema Preissteigerung für die Produzenten in den USA. Die sind etwas schwächer ausgefallen, als es erwartet gewesen ist. Das ist ein gutes Zeichen. Zu starke Anstiege wären wieder ungünstig gewesen. Das sind ja alles Dinge, die die EZB mit in ihre Entscheidung für die Zinsen mit reinnimmt. Und das im Vorfeld zu den Jobdaten. Jetzt haben wir die Preissteigerung für die Unternehmen gehabt. Heute gibt es dann die Verbraucherpreise für die, beziehungsweise die Steigerung für die Verbraucherpreise. Das hat sozusagen die Auswirkung für die EZB. Gestern bin ich schon gesagt, die Unternehmenspreissteigerung etwas geringer ausgefallen. Und dann gab es gestern noch eine interessante Nachricht. Da habe ich mich gefreut, als ich das gelesen habe. Wir haben ja immer wieder mal so dieses Thema USA und China. Wie geht es denn da nun mit diesem Handelsstreit weiter? Der Markt preist ja hier einiges an, beziehungsweise ein. Es sind gewisse Ängste da, dass das ganze Ding eskaliert. Gestern kam hier nun die Nachricht auf MarketWatch, dass die USA mal wieder ein paar Gespräche zu den Handelsbeziehungen mit China aufnehmen möchte. Das ist interessant. Da hat der S&P 500 auch direkt positiv drauf reagiert. Wurde danach wieder abgekauft, abverkauft. Also alles kein Problem. Hat sich nichts geändert. Aber war mal interessant zu lesen, was hier so am Hintergrund geschieht und wie die Märkte entsprechend darauf reagieren. Also wir sehen, der Markt hat direkt positiv reagiert. Das heißt, sollte es hier eine Einigung an dieser Stelle geben, können wir auch davon ausgehen, dass die Märkte direkt deutliche Kursanstiege hinlegen werden. Das ist so mal so ein bisschen das, was ich da gestern draus gelesen habe. Also diese positive Nachricht, zumindest der Versuch neuer Gespräche, hat schon mal einen Versuch neue Kurssteigerungen gegeben. Alles beim Alten geblieben, aber wir wissen, da ist eine Menge Zündstoff drinnen in diesem Thema und das sollten wir hier an dieser Stelle natürlich auch immer mit im Hinterkopf behalten. Olaf, auch dir einen schönen guten Morgen. So, nun aber zu den Tagesnachrichten für heute. Die Relevanzen wieder hier, 3 und 2 für den Tag. Na klar, heute ist Donnerstag. Das ist der Tag, auf den alle gewartet haben. Dach und Zeit für die EZB. Das heißt, wir bekommen heute die Information, dass es keine Zinserhöhung geben wird. Davon geht der Markt mal definitiv aus. Alles andere ist dann in der Pressekonferenz. Sache der Pressekonferenz. Was wird hier passieren? Wie geht es mit dem Anleihekaufprogramm weiter? Was denkt die EZB? Wie sieht die Zentrale, sozusagen die Entscheidung, beziehungsweise die Entwicklung der Inflation? All das sind Dinge, die heute auf die Waagschale kommen, wo wir immer, immer wieder dann Kursbewegungen sehen werden. Wir haben das auch gestern schon so ein bisschen gesehen. Der Markt ist ja gestern ein Stückchen runtergelaufen, hier bei uns in Deutschland, aber auch direkt von den Tiefs wieder hoch. Ist so ein bisschen seitwärtsgedingel jetzt die Tage vor der Pressekonferenz der EZB. Mal sehen, was daraus wird. Auf alle Fälle sehr, sehr interessant zu sehen hier, dass der Markt erst einmal nicht brutal weiter abverkauft, sondern so ein bisschen, sag ich mal, konsolidiert auf der Seite in den kleineren Zeitebenen ist das gut zu sehen. Und ja, mal gucken, was dann heute passiert. Auf alle Fälle ist das natürlich ein Momentum. Das muss auf alle Fälle mit im Kopf behalten werden. Was gibt es noch? Ja, es gibt heute Abend oder beziehungsweise heute Nachmittag, bevor wir in den Abend gehen, um 14.30 Uhr aus den USA, mal wieder das Thema Arbeitsmarkt. Da gibt es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und dann auch 16.00 Uhr und 19.15 Uhr ein paar Reden seitens FOMC-Mitgliedern. Die können auch immer für die ein oder andere Marktbewegung gut sein. Also schön, wenn man sowas weiß. Das darf man da nicht überdramatisieren. Aber es ist immer interessant mal zu hören, wenn die was Wichtiges sagen, dann findet das in aller Regel auch Zugang zu den entsprechenden Märkten beziehungsweise in die Nachrichten hinein. Und damit sind wir auch am Ende des Reigens für die heutigen Nachrichten, die ich hier für Sie mit auf die Uhr genommen habe. Sie wissen, das ist nicht alles, was es an Nachrichten gibt. Für viele verschiedene Währungspaare gibt es hier immer wieder die Situation, dass wir andere Zentralbanken haben, die Nachrichten bringen. Bitte auch immer hier entsprechend raufschauen. Das ist übrigens auch ein Thema Marktvorbereitung auf der World of Trading. Die World of Trading ist ja dieses Jahr auch wieder mit uns hier, mit Tickmill. Wir sind dann für Sie da. Und wir können hier auf dieser Stelle dann auf alle Fälle direkt reingehen und machen dort auch einen Workshop für das Thema Vorbereitung des Tages, wo das drin ist. Da geht es ein bisschen um das Thema Training-Tagebuch. Und da kommt natürlich die Vorbereitung des Marktes definitiv hier auch mit rein. Gut, also dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein in die Charts. An der Stelle mal kurz eine Frage. Ich bekomme hier bei mir im System immer angezeigt, dass die Internetleitung relativ schlecht ist. Wäre nett, wenn ich einfach mal kurz einen Hinweis bekomme, ob das Bild sauber durchkommt. Ich scheine heute ein bisschen eine schlechte Internetleitung zu haben, wenn ich das hier so sehe. Der Button blinkt bei mir immer mal rot. Gut, wenn Sie mich nicht gut verstehen können oder lesen können, dann würde ich sagen, geben Sie mir mal bitte oder gebt mir mal bitte einen kurzen Hinweis, ob das alles hier so passt, dass wir an dieser Stelle in die Charts reingehen können. Ich warte einfach mal ganz kurz einen Augenblick. Okay, ich bekomme gerade die Info. Es scheint alles okay zu sein. Gut, dann passt das ja. Also wie schon gesagt, wenn irgendwas hängt, bitte einfach kurz Bescheid geben. Ich sehe gerade, bleibt auf stehen. Ton ist gut. Geht so lala. Okay, ich versuche mal Folgendes. Ich kann das Thema mit diesem Internet jetzt gerade nicht lösen. Ich werde nachher mal beim Provider anrufen. Ich werde mal die Kamera ausmachen. Das frisst nicht ganz so viel im Upload. Ich habe eigentlich eine 40.000er Upload-Leitung. Das sollte einfach passen. Ich mache die Kamera mal aus an dieser Stelle. Ich hoffe, es ist nicht ganz so tragisch. Aber ich denke mal, das wird für die Übertragungsqualität deutlich besser sein. Ganz kurz einen Augenblick. Ich mache die Kamera mal eben aus. So. Videoaufnahmegerät und deaktivieren. So. Jetzt ist auf alle Fälle mal die Bildübertragung über die Kamera weg. Ich hoffe, dass jetzt alles passt und das Bild gut zu sehen ist an dieser Stelle. Also damit rein in die Charts. Und zwar, ich hatte es gerade avisiert, wir sprechen Silber an, wir sprechen Euro-Austral-Dollar an und wir sprechen hier heute über den US-Dollar und den chinesischen Yuan. Und den habe ich auch gleich für Sie hier auf dem Chart mit drauf. Das heißt hier an dieser Stelle gleich mal einen Blick in den Tagesschat der chinesischen Währung. Und damit, ja, können wir gleich mal loslegen. Energy. Elena, freut mich, dass dir das Bild gefällt. Das ist also die Variante B-Plan B. Wenn das mit der Live-Übertragung im Bild mal nicht klappt, dann haben Sie ein schickes Foto von mir. Freut mich, dass es ein wenig ankommt. So, nun aber zurück zu den Charts. Ein bisschen Spaß ist unheimlich wichtig. Was sehen wir hier im Chart des, ja, US-Dollar und der chinesischen Währung? Wir haben hier schön einen Aufwärtstrend gehabt. Wir sehen auch hier, der Aufwärtstrend ist gebrochen worden hier drüben an dieser Stelle. Hier hatten wir das letzte Tief der Korrektur im Aufwärtstrend. Hier ist der Markt drunter geschossen. Das heißt, hier gab es dann erst einmal einen Bruch. Unter Zeit hat sich hier auch ein Abwärtstrend gebildet, der nun in seiner Korrektur steht und hier oben immer wieder anstößt. Und Sie sehen, hier kommt immer wieder auch Druck von oben nach unten. Die Marke hier oben von diesem Korrektur hoch, um die 6,89,520. Das ist so ein Bereich, da scheint der Markt nicht so richtig drüber zu wollen. Das sehen wir hier. Die letzten beiden Handelstage sind da angestoßen. Gestern gab es dann schon einen deutlichen Rücksetzer. Hier, wir sind jetzt am Support von 6,82,468. Und hier kommt es jetzt drauf an, was passiert. Weshalb sage ich das? Hier kommt es drauf an, was passiert. Weil man kann ja sagen, okay, die Stunde ist schon wieder abwärts gerichtet. Das ist alles in Ordnung. Wir haben nur untergeordnet hier einen Aufwärtstrend gehabt. Und dieser Aufwärtstrend, der bricht halt hier unten. Das heißt, hier an dieser Stelle wird es jetzt sehr, sehr spannend, was passiert. Gibt es hier einfach jetzt eine Weile hin und her getingelt zwischen diesem Support hier unten und dem Widerstand hier oben? Ja, das kann sein. Wenn dem so ist, erster Anlaufpunkt erstmal hier oben, die 6,88,837, beziehungsweise vielleicht auch ein Versuch, wenn dieser Support hier unten hält, diesen Trend zu brechen und wieder nach oben zu laufen. Das sollte man immer genau im Auge behalten. Ja, ich würde an dieser Stelle hier in diesem Moment wirklich genau fokussieren, was passiert hier oben? Kommt hier oben stärker rein? Dann wäre natürlich möglich, dass dieser untergeordnete Trend dann der neue Haupttrend wird, der diesen alten hier gebrochen hat, sozusagen nur einen kurzen Ausflug nach unten gegeben hat und dann die Kurse wieder eventuell hier oben Richtung 6,95,813 laufen können. Ist ein mittelfristiges Bild. Muss man mal sehen, was passiert. Als Trade-Idee allerdings auf alle Fälle mit auf der Uhr zu halten. Das ist Nummer 1. Nummer 2, ganz klar, wir sind schon einmal hier runtergelaufen, gestern richtig mit Schmackes. Wenn man sich das mal anschaut, der Markt hat 1, 2, 3, 4 Handelstage gebraucht, bis er von hier unten nach da oben gelaufen ist. Naja, eigentlich 5, wenn man das mal so sieht. Das heißt hier, länger hoch als runter. Das heißt, der hat gestern mit einem Ruck, so viel ist ja hier auch nicht gewesen an Raum, mit einem Ruck das ganze Teil korrigiert. Nach unten, zack. So, gibt es jetzt hier nur eine kurze Gegenreaktion. Der Markt schiebt weiter nach unten, bricht er dann das Level. Das wäre dann die Initialzündung sozusagen. Für diejenigen, die sagen, gut, jetzt könnte es hier zur Trendfortsetzung kommen. Dann ist erst mal dieser Trend gebrochen und der Markt kann dann wieder hier unten ranlaufen. Nächster Anlaufpunkt wäre dann die 6,78,374. Hält das Ding auch nicht, dann kann es tiefer gehen. Wohin kann es gehen? Wir schauen einfach mal, was im Chart noch da ist. Gucken Sie, hier drüben haben wir die Situation. Hier hat man mal einen Korrekturtief, beziehungsweise einen Peak. Man kann das schon Korrektur sagen. Hier hat man ja den untergeordneten Trend, der hier entsprechend lief. Der hatte hier einen Tief. Dann haben wir hier den Ausbruchsbereich vom Markt gehabt, wo der Markt hier drüber gelaufen ist. Hier in diesem Bereich irgendwo hier zwischen den 6,73, 0,66. Das wären mal so auf der Unterseite die nächsten Gegenden, wo der Markt entsprechend nach unten ranlaufen kann. Und wir hier sozusagen den Test sehen können. Also hier entscheidet sich jetzt alles um diesen untergeordneten, beziehungsweise hier ersichtlichen, hellgrün gekennzeichneten Trend. Da ich sehe gerade, der Anton von Tickmill ist auch dabei. Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Der Anton, ich hoffe, du nimmst die ein oder andere Idee, vielleicht auch für das ein oder andere, was du so täglich machst, hier mit. So, also das der US-Dollar, Chinese Ruan. Wenn wir hier mal in die Stunde reinschauen, dann sehen Sie, was ich meine. Hier hat sich jetzt untergeordnet ein Abwärtstrend gebildet. Das ist das, was wir sehen. Hier, der Aufwärtstrend ist weggenommen. Ich zoome das mal ganz kurz etwas kleiner. Hier hatten wir schön diesen Aufwärtstrend nach oben laufen. Der ist gebrochen worden. Hier hat sich der Abwärtstrend gebildet. Massiver Schub nach unten. Also extrem weit in die Bewegung. Alles, was hier unten drunter war, Sie sehen es, hier ist sozusagen dieser Trend entstanden. Hier an dieser Stelle, hier in diesem Bereich, um die Kursmarke von, wo haben wir es gehabt? Hier ist er gebrochen worden sozusagen und hier drüben ist er entstanden. Also hier in diesem Bereich, um die, über den Daumen, 6,87. Ich will mich hier nicht um den Cent streiten. Ist der Markt hier nach unten gelaufen? Also das heißt, wir hatten ja hier die Bewegung, die Korrektur, die Bewegung. Hier ging es dann ab nach unten und dann hier. Wahnsinn, die Bewegung. So, jetzt ist das, was wir sehen, Korrektur. Und da kommt es halt wirklich drauf an. Dreht das Ding einfach rum. Läuft sie ein Stück hoch, dreht wieder rum. Dann haben wir die Situation, dass wir doch mehr Indikationen in Richtung fallender Kurse haben. Das wird also spannend, was in diesem Bereich hier rum passiert. So, das zum US-Dollar, chinesischen Yuan. Gehen wir mal rüber in die Währung meines zweiten, ja, ich will nicht sagen Wohnsitz, aber meine zweiten Lieblingsheimat, ich mag Australien sehr, deswegen habe ich auch immer einen Blick auch auf den Euro-Austral-Dollar. Und was wir hier sehen, ist eine Situation, die immer wieder hier an der Stelle passieren kann. Und zwar haben wir hier den Markt schön nach oben gelaufen. Ich mache es mal kurz etwas kleiner. Wir hatten hier diesen starken Schub nach unten, diesen Abwärtstrend. Jetzt hat sich hier ein Aufwärtstrend gebildet, der hier dieses Trend hoch und das Langzeithoch einfach rausgenommen hat aus dem Markt. Und schön hier in einen Widerstandsbereich reingelaufen ist. Sie wundern sich jetzt oder ihr wundert euch vielleicht, wieso sehen wir denn da oben nichts? Das ist schon so verdammt lang her. Ich will da mal kurz in die Woche reingehen. Guckt mal, hier, das Teil kommt aus dem Jahr, ich glaube 2015 ist es gewesen hier. Das ist 2016 und hier, das war 2015. Da kommt dieser Top her, dieser Widerstand hier oben. Und da ist der Markt drüber geschlupft. Das heißt, das war ein Widerstand, jetzt ist es logischerweise, wenn der Markt drüber notiert, eine Unterstützung. Dann sind wir jetzt gestern allerdings wieder drunter gelaufen. Das heißt, Fokus hier einfach mal drauf gesetzt, was passiert denn jetzt hier oben an dieser Stelle? Heißt also von der Seite her, wie geht es hier weiter? Läuft der Markt weiter nach oben? Ja, dann haben wir natürlich die Chance, hier weitere Kurssteigerungen. Da haben wir das nächste Hoch an dieser Stelle bei 1,65971. Da könnte der Markt durchaus auch ranlaufen. Das sollte man mittelfristig einfach mal auf der Uhr haben. Im kurzfristigen Bereich hingegen, da sind wir hier jetzt in der Situation, auch das scrolle ich mal für Sie, dass wir hier diesen Bereich um die 1,62,517 haben. Der Markt ist hier in einer wahnsinnig langen Bewegung drüber gelaufen und korrigiert jetzt hier so ein bisschen. Und hier kommt es jetzt wirklich darauf an, was passiert an der Stelle. Ja, es kann passieren, dass der Markt erst einmal runterläuft. Wir sind ja hier schon in diesen Support reingelaufen um die 1,61,790. Und danach könnten wir noch hier über diesen Support um die 1,61,359 laufen. Wenn der Markt stark bleiben sollte, könnte es durchaus sein, dass wir hier in diesem Bereich schon wieder drehen. Wenn nicht, dann könnte die Korrektur durchaus weiter nach unten laufen. Interessante Anlaufbereiche wären dann natürlich hier diese Marke hier, wo der Markt, der Aufwärtstrend entstanden ist. Dann haben wir einen Anlaufpunkt hier unten an dieser Stelle, wo es so diesen kleinen Rücksetzer gegeben hat, bevor der Markt wieder schön nach oben gelaufen ist. Das wären dann interessante Anlaufbereiche, wo der Markt auch drehen könnte. Auf alle Fälle eine weite Bewegung, die hier augenscheinlich momentan korrigiert wird. Für all diejenigen, die das im kleinen Traden wollen, einfach mal schauen, was die Stunde macht. Die Stunde ist jetzt logischerweise abwärts gerichtet. Und da ist es natürlich interessant zu sehen, hier ist der schöne abwärts verlaufende Trend. Die Korrekturen sind hier relativ flach. Heißt also, es ist schwierig, das in den Kleinstzeiteinheiten zu traden. Aber Sie sehen, dass diese flachen Korrekturkanäle auch immer wieder nach unten gebrochen werden. Also im Sinne dieses Aufwärtstrends hier nach unten. Und dann passt das Ganze hier auch an dieser Stelle. Ah, ich sehe, wir haben noch einen neuen Besucher. We have a new visitor here. Good morning. I can't read your name. Sorry for this. I don't know which language this is. But I wish you a good day. And I'm happy to see you here in my webinar. Maybe you don't understand me. But have a good day. And I'm happy to see you here. So, kleine internationale Begrüßung hier an dieser Stelle. Wir haben immer wieder internationale Gäste hier, die sich die Charts auch immer mal anschauen, die Analyse. Mal schauen, was das Ganze hier wird. Also, wir sehen hier zurück im Euro-Australer in der Stunde. Der Markt läuft hier runter. Wir haben die Seitwärtskorrekturen hier gesehen in diesen Bereichen. Und die sind bis jetzt dazu genutzt worden. Hier war es flach seitwärts. Hier war es flach seitwärts. Hier ist es flach seitwärts. Den Trend nach unten fortzuschieben. Und das hier ist die Situation, was eigentlich recht charmant ist, weil wir können uns als Trader an dieser Stelle relativ eng absichern, weil hier sozusagen jetzt nicht viel Spielraum aus tiefen Korrekturen ist. Das heißt, wenn es dann doch nach oben läuft, dann geht dieses Seitwärtsgedingel hier mit einem Bruch nach unten. Und dann ist man relativ schnell aus dem Markt raus, wenn man mal das Thema Risikoabgrenzung angehen möchte, ja, an dieser Stelle. Aber wir sehen halt auch, solche flachen Korrekturen sind dann immer auch ein Zeichen von relativ hohem Verkaufdruck, dass der Markt hier einfach nicht weiter nach oben läuft, sondern seitwärts korrigiert und dann den Schub nach unten kriegt. Also das kann man hier auf der Uhr mit halten. Und das könnte durchaus dazu führen, dass wenn der Markt hier weiter nach unten den Druck bekommt, dass wir in die tieferen Korrekturen hineinlaufen, wenn man das Ganze auch mal ausmisst. Ich weiß, wir haben ja immer wieder auch Zuschauer, die das Ganze in Fibonaccis miteinander besprechen. Ich habe mir die Fibonaccis hier ein kleines bisschen angepasst. Für mich sind so Marken um die 50 bis 75 von der Korrekturtiefe interessant. Aber Sie sehen halt selbst auch, man kann die Fibonacci-Levels sehr, sehr schön anlaufen. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt irgendwo so grob geschätzt im Bereich von um dem 38er Retracement hier. Also Sie sehen, hier ist nach unten doch noch einiges an Luft nach dieser starken, massiven Bewegung hier nach oben. Das zum Währungspaar Euro-Austral-Dollar. Und dann schauen wir noch auf den Silberpreis. Silberpreis. Silber hatten wir ja vor einer Weile schon mal besprochen. Wir hatten ja vor kurzem auch die erste Situation, dass die Produzenten von Silber nicht mehr abgesichert gewesen sind. Beziehungsweise, wir müssen mal sehen, wie es jetzt Freitag weitergeht. Aber wir hatten das erste Mal, ich glaube, seit Aufzeichen der Kot-Daten im Silber die Situation, dass die Produzenten nicht mehr gegen Kursverluste abgesichert waren. Eine spannende Situation. Und jetzt sind wir hier im Silberpreis, wo wir stehen. Und das schauen wir uns einfach mal noch genauer an hier an dieser Stelle. Heißt also, dass wir hier den Chart vom Silber mal im Tagesschart auf der Uhr haben. Auch hier sind die Unterstützungen unten raus, was danach kommt, weit, weit in der Historie zu sehen. Ich gehe mal hier kurz auf den Wochenchart. Schauen Sie, hier haben wir eine Unterstützung um die 13.650 und die kommt hier drüben aus dem Jahre 2015. Also da sehen Sie mal, wo wir mittlerweile stehen, wie billig das Silber hier an der Stelle auch geworden ist. Und das ist natürlich hier auch ein Bereich, wo man sehen muss, da kann immer einiges an Bewegung entstehen. Und gerne auch mal zur Oberseite, wenn solche, sage ich mal, über lange, lange Zeit andauernden Widerstände immer wieder getestet wurden. Ist ja hier jetzt noch nicht passiert. Aber es ist schon eine Hausmarke, die wir hier haben. Und deswegen schaue ich hier einfach mal drauf. Was hat mich hier ein bisschen, sage ich mal, fasziniert an dieser Stelle? Wir haben hier eine Schwankungsbreite. Nach diesem starken Schub im Abwärtstrend, der hatte sein Hoch bei 14.99, ging es runter direkt um gut einen Dollar auf 14.03 hier. Wir sind sogar unter die 14 gegangen mit diesem kleinen Peak hier. Aber das ist so ein kleines Grundrauschen. Das kann immer wieder mal passieren. Was wir hier allerdings sehen, ist, dass wir diese Schwankungsbreite zwischen 14.28 und 14.03 haben, wo der Markt oben ranläuft, wieder runter will und unten nicht so richtig tiefer will. Das ist jetzt also, was wir hier sehen, eine Korrektur über die Zeit. Also so ein seitwärts laufender Trendkanal hier an dieser Stelle. Und das ist interessant zu sehen, wenn wir uns das mal anschauen. Wenn der Markt hier nach oben geht, dann wäre es so, dass wir doch durchaus etwas tiefere Korrektur sehen könnten. Dazu muss er aber etwas an Stärke gewinnen. In dem Moment, wo er drüber läuft, hätten wir hier auch auf der Oberseite ein paar Anlaufpunkte an Tageshochs. Hier um die 14.51, hier noch ein Schnaps oben drüber, ist noch das zweite Tageshoch ganz nah dran. Und dann hier das nächste Tageshoch um die 14.71. Also es könnte durchaus, wenn hier der Markt positiver reagiert und sich sagt, okay, hier unten ist es doch recht billig, die Trader gehen einfach mal ein bisschen mehr in die Regression rein, dann könnte der Bruch hier oben über die 14.28 durchaus dazu führen, in die oberen Bereiche reinzulaufen und den, sage ich mal, die Bewegung dieses Abwärtstrends deutlich tiefer zu korrigieren, als das hier bisher der Fall ist, was über die Zeit läuft. Auf der anderen Seite ein Bruch nach unten würde dann natürlich hier dem Szenario auf einem Test des Tiefs aus dem Jahre 2050, Herbst 2015 war das gewesen, um die 13.65 herbeiführen. Das heißt, Preise hier unten drunter, da haben wir ganz klar den Anlaufpunkt bei 13.65. Man muss als Trader an dieser Stelle allerdings immer im Kopf haben, wir sind hier sehr, sehr tief gelaufen und es kann hier jederzeit auch mal zu einem Schub nach oben kommen. Und deswegen ganz genau hinschauen, im kurzfristigen Bereich ist hier einiges zu holen, aber bitte, ich sehe das häufig bei den Tradern, die dann zu lange Ziele setzen. In diesen Bereichen kann die Volatilität häufig mal in die andere Richtung gehen und das muss man oder sollte man als Händler an diesen Stellen natürlich immer schön bedenken, zumal auch dieser Trend nicht mehr ganz so jung ist. Wir haben hier 1, 2, 3, mittlerweile 4 Bewegungen. Es ist kein uralter Trend, aber Sie wissen selbst, je älter etwas wird, je früher kann das Ganze auch einmal brechen beziehungsweise etwas tiefer korrigieren. Hier sehen wir ja mal, die Woche ist einfach brutal runtergelaufen, da gab es nichts weiter dazwischen. Es ist eine sehr, sehr große Fahnenstange und so eine Fahnenstange kann halt mal zu einem Umkehrmuster bilden und Sie sehen auch, wie die Woche hier ausschaut. Dieses Hin- und Hergetingel hat jetzt dafür gesorgt, dass wir hier mittlerweile eine Umkehrkerze in der Woche haben. Das heißt, das ist jetzt hier der Wochentrend, wenn die Woche um ist und diese Umkehrkerze bleibt bestehen, dann wäre das ein Zeichen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass der Markt hier nach oben möchte und könnte eventuell nach oben laufen. Das muss allerdings nicht sein, weil schauen Sie mal hier, wir hatten vor 1, 2, vor 3 Wochen hatten wir auch schon mal so ein Umkehrzeichen, was dann allerdings wieder komplett abverkauft wurde. Also wir werden sehen, was der Markt hier macht. Auf alle Fälle zeigt er uns momentan, dass hier so eine Art Umkehrkerze im Wochenchart nach der sehr, sehr langen Bewegung entstanden ist, beziehungsweise gerade am Entstehen ist. Die Woche ist ja noch nicht um und da kommt es darauf an, was dann weiter drauf gemacht wird. Das ist, Sie sehen, es ist auch gut, immer mal in die anderen Zeiteinheiten hineinzuschauen. Das hat nichts mit der Zeiteinheit zu tun, mit der Sie traden, sondern die Zeiteinheiten bieten uns einfach mal gerne auch einen Einblick, wo Bewegung entstehen kann und die können wir dann entsprechend mitnehmen. An dieser Stelle schaue ich noch mal in den Chat hier rein. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich kümmere mich gleich mal um die Geschwindigkeit meiner Internetleitung und wünsche Ihnen an diesem Tag heute gute Trades und ich freue mich auf morgen. Morgen kümmern wir uns erst einmal um natürlich wieder die Handelsideen, dann schauen wir den großen Chartcheck wieder an. Wir haben die Nachrichten für die nächste Woche auf der Uhr und wir schauen mal genau in die NFPs rein. Die sind ja letzte Woche Freitag veröffentlicht worden und wir gucken mal rein, was drinnen los ist. Ich sage mal, Lohnerhöhungen spielen hier eine sehr, sehr, sehr große Rolle und dann das gesamte Rundumbild. Was machen denn die Verbraucherpreise, was machen die Preise der Produzenten, die Produzentenpreise, welche Auswirkungen könnte das haben, was könnte die Zentralbank in den USA machen. All das schauen wir uns morgen einmal an im edukativen Teil. An dieser Stelle ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und allen einen schönen Donnerstag. Bis morgen, Ihr Max Reitl. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss. Tschüss.